hallo leute herzlich willkommen auf meinem kanal spaghetti tv es gab ja jetzt längere zeit lang keine videos und deswegen habe ich heute mal eine neue serie für euch mitgebracht einmal pro woche versuche ich jetzt ein video über die serie rauszuhauen die serie heißt upgrade italien wir bauen halt uns von einem non real bronze team haben wir am anfang und daraus machen wir dann das bestmögliche team versuchen wir dann zu bauen und als kapitän für die serie haben wir einfach mal die hero card von francesco torti war eine absolute legende wie wir punkte bekommen und wie wir bessere spiele bekommen das blende ich euch hier ein die regeln natürlich und wir werden zwei online einzelspiele pro episode machen und dann hoffentlich hier auch jede episode uns bessere spieler kaufen können und deswegen sag ich mal starten wir mal direkt rein ins erste spiel so leute da hätten wir auch schon das team von unserem ersten gegner ist ein starter team aber mit linnecker ist das gleich im sturm zwei legende sonst sind fast alle seine goldspieler nur leihspieler und ich denke mal der gegner sollte machbar sein und jetzt kommt der gegner über mastor und richtig stark halten von unserem keeper und danach wird das ziemlich scheiße geworden irgendwie oder gegen das schießen einfach mal die latte jetzt kriegen wir aber wahrscheinlich mal unsere erste chance guter pass und da ist das 1 zu 0 vielleicht mit der ersten richtig gut möglich haben wir uns schießen hier das 1 0 gasperi macht's das ist der erste upgrade punkt und jetzt superwoller vancesto totti 2 zu 0 jetzt schon 3 upgrade points durch das tolle tor von totti was ein traum pass auf gaspern und er schießt an den fusten und das ding ist trotzdem drin stark nachgesetzt hier und das 3 zu 0 der gegner hatte zwar auch gute chancen aber die führung ist auf jeden fall in ordnung das ist das ganz auf jeden fall wenn wir das alles hin Realität hätten oder die führung ist das ganz auf jeden fall nicht und jetzt glaube ich besser und dann eine gute andere option betreffen und dann die führung ist das ganz auf jeden fall ja wirklich leihspieler und da ist das alles wirklich alles komisch der Führung der gewann sind wir zu klassen und jeder kenne in der zweite rückwärme von der technik ist das hat ja meine dritte was ich bin die leihspieler und der dritte wo ich bin die kenne das mal nicht mehr so ist das was wir sagen können wir das macht die sichtungen die kenne das ist das ganz neu bekommen das würde ich nicht das ist alles wirklichrierungen der reihe und sagt man das kommt ich nicht mehr so kann ich bin die leihspieler und der erste warte das ist jetzt gar nicht mehr an die zweite 터ke geht Schnitt schon mal die 6 4 zu 0 und das ist jetzt schon der sechste april kommt wenn es euch auf jeden fall noch mal ein siebzigste minute starken freistoßvarianten auch so in der bronz der mann das auch stark kommt die ziehe aber das muss jetzt aber auch gegen serie ja das ist auch die rote karte heute legen weil hier noch mal super vor ist dass der nächste april punkt nein das bev das ding total francesco totti aus der drehung hatte ich ja noch mal ein tor raus da dürfte auch gleich mann of the match sein das beheri ändert aber auch nichts mehr so leute wir gewinnen das ding 5 zu 0 so leute das erste spiel ist vorbei wir bekommen 14 punkte da totti mann of the match geworden ist und wir gewonnen haben sind das allein sechs punkte und drei tore von torti sind noch mal sechs punkte und zwei tore von anderen spielern sind wir bei 14 punkten natürlich und damit gehen wir jetzt ran in die nächste partie ok leute da hätten wir auch unseren zweiten gegner er tritt mit einem vollen bronzeteam an aus der zweiten bundesliga sieht auf jeden fall interessant aus dem team aber ich nehme auch das ist schlafen gasperi macht das hier stark gegen die mitte auf keine ahnung fehlen auf jeden fall erste gute chance sabione totti 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 oh mein gott wie macht er denen rein was war das denn mittel für ein krasses tor ok so krass war es jetzt auch nicht aber er grätschen war einfach ins tor schöner doppelpass jetzt noch mal auf francesco totti und das gibt den alfmeter da komme ich viel zu spät gibt zum glück nur die gelbkarte die genau jetzt die chance auf den ausgleich vielleicht lädt unser keeper ja auch einfach mal in der mitte stehen bleiben und der ball geht nicht ins tor weil der keeper dann doch noch automatisch in die ecke spielt na ja kommt jetzt mit der chance maß und das ist so ein biest das ist noch mal totti durch totti mit dem doppelpack 2 zu 0 totti ganz frei macht den eiskalt ins kurze eck rein genetti schickt einfach mal totti komm totti setz dich da durch komm francesco totti totti auf gasperin oder gasperi zuetti führt hier zum tor ist der nächste aufgepunkt und das denke ich mal jetzt auch der sichere sieg mit dem finesse ein schnitzler hält den das ist jetzt noch mal gefährlich weil zum beispiel warte hier zu ende sein jo so ist es das mal gewinnen wir mit nur mit 3 zu 0 aber wieder ist totti mann auf dem match das wint wieder drei punkte für den sieg gibt es auch noch mal drei punkte das sind sechs totti hat zwei tore geschossen mit zehn punkte das sind elf punkte wie das spiel insgesamt 25 und ich denke mal wir sehen uns jetzt gleich nach den beiden upgrades wieder so leute jetzt kommen wir auch zu den upgrades und ihr seht das neue team in 3 2 1 go so das ist das neue team vier silberspieler direkt mal geholt das haben jetzt noch 20 upgrade punkte gehorzelt und noch zwei gold äh bronze natürlich fair spieler vor allem den hier finde ich richtig heftig einfach mal mit 72 pace 86 für 6 dafür eigentlich nur 54 verteidigen egal auf jeden fall werden nächste in der nächsten folge mit dem team spielen wenn es euch gefallen hat würde ich mich sehr über ein like und abo freuen müsst ihr natürlich nicht machen schreibt auch gerne in die kommentare was ihr verbessern würdet dann ciao